Es gibt auch immer Inspiration für den Beruf, für den Alltag, neue Ideen, neue Errichtungen, neue Wichtige Technologietrends zu finden und diese vielleicht auch anzuwenden. Der High-Fort-Challenge ist hier an Unternehmen, Start-ups, SMEs und Universitätsprojekten mit Industrie 4.0 Produkten oder Services. Die Möglichkeit, das Projekt weiterentwickeln und mehr Visibilität zu bekommen. Jetzt haben wir es auch in Deutschland, Deutschland und Deutschland, und besonders in dieser Bereich, wo nichts mehr internationales Interesse prove, als in dieser Bereich, wo verschiedene Kulturen und Firmen zusammenbinden. Es ist sehr interessant für diejenigen, die jetzt in dieser Prozess sind, dass sie sehen, ihre Kraft und ihre Weakten. Und wo sie sich auf die Fokus auf der Grundlage, dass alles, die Produkte, die Services und der Gäuble, der Markt, wirklich ein Erfolg werden. Ich glaube, dass wir heute schon ein paar Projekte veröffentlicht haben, und es gibt wirklich sehr interessanten Projekte. Jetzt werden wir in der Phase des Délibärations-Dellibärations-Dellibärations-Dellikationen. und innovant, denn die Innovation ist auf der Hauptsache.